Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. Clementine ist verletzt und alleine. In der letzten Folge hat uns ein Hund angefallen. Ich hoffe, die übertragen keine zombitastischen Bakterien, sodass wir uns nachher verwandeln könnten. Das wäre bitter. Völlig alleingelassen. Mitten im Wald. Hoffnungslos. Beißer. Überall. Komm schon Clementine, du musst aufstehen. Mist. Der hat uns gleich. Scheiße. Das Messer. Du geh weg. Du geh weg. Du geh weg. Steh. 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 Hilfe in letzter Sekunde. Und die denken jetzt natürlich, wir wären gebissen worden wegen dem Hundebiss. Sofern wir überhaupt rauskommen. Scheint aber noch nette Leute zu geben. Wir brauchen noch unbedingt eine Gruppe. Alleine könnte das Clementine nie überleben. Und wir sind auf dem Pfad. Zumindest laut Errungenschaft. Wow. Ich denke, wir sind sicher. Ja. Ja, wir sind gut. Hey, du bist okay? Ich kann gehen. Ich bin... Mir geht's gut. Aber die gehören nicht zu dieser Familie. Was machst du hier? Wo sind die, äh, die Leute, du bist mit? Es gibt keine Chance, dass du so lange gemacht hast. Ich möchte sie nicht denken, dass wir nichts tun, sondern versuchen, dich zu helfen. Ich bin nicht sicher, wie die Gruppe fühlt sich um eine andere Mälte zu geben. Ich verabschiede von meinem Freund. Und verabschiede. Na, wenn er nahe, dann vielleicht wir kommen zu ihm. Ich... Ich glaube, sie ist nicht. Ich bin nicht sicher, dass du das hörst. Well, ich bin Luke. Und das ist Pete. Hey, da. Hi. Ich bin Clementine. Es ist schön, dass du dich kennengelernt hast, Clementine. Aber für heute, wir werden dich zurück in unsere Gruppe. Okay, wir haben einen Doktor mit uns, und du sahst, dass du ein bisschen... Oh, shit! Was? Was ist das? Sie ist... Sie ist fit, Mann. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Was werden wir hier tun? Nein, es war ein Tier. Ich habe keinen Tier, Clementine. Komm her, mein Hund. Ich schwöre. Ich habe dich nur mit diesen Lurkers dabei gesehen. Ich bin nicht der letzte Mal, wenn ich einen Tier gesehen habe. Es war. Ich schwöre. Ich schwöre, das sein kann nicht. Nein, 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 nein. Ich sage dir vielleicht. Ich bitte. Bitte. Hm, okay. Mal sehen. Woah, 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 hey, watch yourself. Hey, don't look at me like that. You're the one that's bit here, okay? See? Is it, uh... Is it like she says? Hmm. Well, could be a dog. Hard to say. So where'd this dog go? The one that did this? What... what does that matter, Pete? Seriously? I wanna know how believable her story is. I... I killed it. What? Really? A dog shows up and bites you and you just kill it? What would you have done? I don't know. It attacked me. Still, you don't... you don't kill dogs. I don't know. I don't know. Clementine? Yes. You telling us the truth? You look me in the eyes when you answer me. Naturally. Of course I am. Alright, Clementine. That's good enough for me. What else was she gonna say? I've got a good bullshit, Detector Luke. That's why you can never beat me at poker. You don't always beat me at... Alright, how can you be sure? Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make a call. We can have Carlos take a look at it first. Nick ain't gonna like this. Not with what happened to him. You don't have to remind me of that, boy. Right. Sorry, sir. Come on. Clementine, are you feeling alright? What? I'm fine. Just... tired. Well, you better be fine. Cause I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about... Aw, shit! Now hold on, Rebecca. No worries. I tell you. Did anyone get to know where she came from? For all we know, she could be working with Harvey. She already told us she was with a friend and then got lost. She was bit by a dog. What? And you just believed her? You should've put her out of her misery right there. Dog bite my ass. I'm not... Keep your finger off the trigger, boy. Whoa! Whoa! What the fuck? You idiot! Every lurker for five miles probably heard that. You're the one telling me to fucking shoot her. Everybody just calm down for a second. Clementine, you okay? I'm not... I'm not working for anyone. I don't know what you're talking about. I just need help. We got a doctor right here. Okay? He'll have a look. Now what the hell is wrong with you people? Okay? She's just scared. We're all scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational cause we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. Let me take a look. It's okay. Go ahead. He's a doctor. Damn, that must've hurt. Hmm. Whatever it was, it got you good. This isn't how we do things, man. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one's suggesting that. We could take her arm off. I know that worked for a cousin down in Ainsworth. We could try that. It won't do any good. You'll just be making it worse for the girl. It's crazy. No one's going to volunteer to do that. I would. If it didn't save her life. Then what? How would we know it worked? Just let Carlos have a look first. Everyone else agrees. You should be sure about this. You don't want to be responsible if you're wrong, do you? This is bullshit. Who's she? Sarah. What I say. Stay inside. Oh man, schwere Entscheidung. Hilft mir und ich verlasse euch. I don't mean to be any trouble. I just want to stop the bleeding and then I'll go. You'll never see me again. I promise. And where exactly would you go? I can take care of myself. Clearly. Carlos, we've been through this before. We all agreed. We don't wait for shit like this. End of story. So, what do you think? Was it a lurker? A bite like that? Could be anything. Only one way to find out. How? We wait. What? By tomorrow morning, if the fever set in, we'll know if she's gonna turn. In the meantime, we can lock her in the shed. What? What about my arm? It needs to get cleaned and stitched and bandaged. The girl is in bad shape, Carlos. We have all that stuff inside the cabin. We could probably get by with it. Alvin, please. But, yeah. We can't do nothing. I'm not wasting supplies on a lurker bite. If it turns out you're telling the truth, we'll clean it and stitch it up for you in the morning. But... I'm sorry. It's the best we're gonna get. Finger off the trigger, son. I ain't your son. Don't be like that, man. It's alright. The boy's got his mom's temper. Come on. This is just a waste of time. You'll see. And when she turns, I ain't gonna be the one cleaning up the shed. Mein Arm tut wirklich weh. Es war ein Hund, wirklich. It was a dog. You'll see. I guess we'll find out in the morning. If I last that long, maybe you could go look for it? I wish I could. I really do, but it's too risky. Sorry. You'll find out. I just wanna get out of here. Why are we doing this? I'm fucking dumb. Because it's safer this way. And I'd rather be sure. Yeah. It's safer. I can't believe this. You're gonna be fine. You're gonna be fine. I'm just gonna be fine. Ich dachte, ich spreche den Typen mit der Cappy direkt an, diesen miesen Typen, der dafür sorgen wollte, dass wir umgebracht werden. Wobei mies kann man da auch nicht sagen, weil er hat natürlich auch Angst. Gucken wir doch mal hier in das Fass rein. Ich hoffe, Clementine überlebt das, den Hundebiss. Es ist auf jeden Fall nur ein Hundebiss und die scheinen nicht ansteckend zu sein, so wie es aussieht. Was haben wir denn in der Kiste? Oh mein Gott, sie will sich nicht selber nähen, oder? Das ist irgendwie ziemlich bitter. Na, dann probieren wir mal mit dem Messer da ein bisschen rumzufrickeln. Aber natürlich vorsichtig nicht, dass das Ding abbricht. Bringt aber alles nichts, offensichtlich. Was haben wir denn da? Da hängen überall Werkzeuge. Hier ein Rettungsreifen. Hm. Sonst können wir hier auch nicht viel machen. Gehen wir mal hier rüber. Man sieht noch wirklich die Stellen, wo das Werkzeug immer hing. Aber leider ist nichts mehr da. So. Können wir auch nicht benutzen. Da oben liegt ein Hammer. Na toll, das ist optimal. Komm schon, Clementine. Da kommst du dran. Kleiner beherzter Sprung. Wir brauchen diesen Hammer. Wir brauchen diesen Hammer. Ich verstehe. Jetzt viel drauf. Und den Hammer schnappen. Au. Mist. Und genau auf dem Arm. Schnell das Bett hoch. Den Hammer. Und dann schauen wir uns hier das mal näher an. Auf jeden Fall können wir hier das Brett beseitigen jetzt. Mit der Hebelwirkung. Ich weiß aber gar nicht, ob das so eine gute Idee ist, jetzt hier abzuhauen. Wir hätten theoretisch ein paar Fäden und das war's. Das kann doch nicht sein, dass das alles ist, was hier in dem Schuppen noch übrig ist. Hier muss man immer aufpassen. Das ist so eine typische Szene. Dass man sich diese Dinge an den Kopf haut. Da können wir nichts aktivieren. Gut, ich glaube. Dann gehen wir mal hier raus. Es ist schon heftig, wenn man überlegt, dass Clementine ja nur ein Kind ist. Allerdings hat sie einen Biss. Und die Gefahr eines Bisses, die ist sehr groß. Das wissen wir alle mittlerweile. Und natürlich probieren sich die Gruppen zu schützen. Doch sind die Mittel wirklich in Ordnung? Hätte man sie nicht wirklich noch verbinden sollen? Wie hättet ihr denn in einer solchen Situation reagiert? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Schreibt's doch mal in die Kommentare. Schreibt's doch mal in die Kommentare.